In was für einer Welt wir heute leben. Ich komme direkt aus einer digitalen Weltpremiere und möchte meine Eindrücke quasi jetzt direkt mit euch teilen, obwohl ihr quasi dieses Video jetzt erst, ich glaube, zwei Wochen später sehen werdet. Es geht um den neuen Audi Q4 Sportback e-tron Konzept. Da sind ein paar Dinge bekannt gegeben worden, die sehr interessant sind, ein paar Dinge, die logischerweise noch verheimlicht worden sind, aber ich glaube, da können wir ein bisschen weiter vorgreifen. Starten wir erstmal mit ein paar Fakten, die Audi hier in diesem Zyklus auch bekannt gegeben hat, und zwar, dass man bis 2025 30 elektrifizierte und davon 20 rein elektrische Fahrzeuge auf den Markt werfen möchte und die in diesem Zuge dann auch 40% vom Absatz ausmachen sollen. Eine ziemlich starke und kräftige Aussage gemessen daran, dass es bis dahin nur noch 5 Jahre sind und schlussendlich das Fahrzeug, das ihr jetzt seht, auch erst 2021 im Sommer auf den Markt kommt. Gelingen soll das mit insgesamt vier Plattformen. MLB Evo, die kennt ihr eventuell schon aus den zwei großen Elektrofahrzeugen. Dann die J1, die gemeinsam mit Porsche genutzt wird. Da steht dann der e-tron GT drauf. Dann kommt auch noch die PPE, ebenfalls mit Porsche. Da möchte man das sogenannte B- bis D-Segment der Oberklasse, also auch eher wieder größere und vor allem teurere Fahrzeuge nutzen. Und die Plattform, die ihr jetzt auch mit diesem Fahrzeug seht, die MEB, die gemeinsam mit Skoda, Seat und VW genutzt wird. Und da wird auch der spätere Q4 draufstehen. Und warum die MEB? Weil man damit vor allem günstigere Einstiegspreise realisieren könnte. So soll es heißen, dass der Q4 theoretisch sogar in einer Version unter 40.000 Euro angeboten wird. In diesem Livestream mit der digitalen Online Premiere hat der Designer Amar, war ja, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, sorry wenn nicht, der für das Exterior Design des Q4 e-tron zuständig war, ein paar Dinge vorgestellt. Unter anderem die Front, die quasi ganz klassisch nach Audi aussieht, aber die schwarze Maske um den Grill dann auch wieder realisieren soll, dass es sich hierbei um ein Elektrofahrzeug handelt. Dann sehr schön sieht man digitales Matrixlicht. Das und das glaube ich könnte so ein kleiner Durchbruch werden für den einen oder anderen, der sehr gerne mit seinem Smartphone spielt. Der Kunde kann hier die Lichtgrafik per iPhone App ein wenig konfigurieren. Und ein bisschen seht ihr das vielleicht auch schon an dem Lichtspiel, was da eventuell möglich sein wird. Zumindest mal für die Tagfahrlicht-Signatur. Dann sehen wir sehr stark kontinuierte Radläufe, die in diesem Fall auch den Quattro symbolisieren sollen. Und man hat eine flache, nach vorne gezogene A-Säule, womit man ein sehr schönes Greenhouse eigentlich so auf die Beine stellt, was doch sehr stark an ein Coupé erinnert. Bei der Aerodynamik, genaue Werte gibt es leider noch nicht, aber der Sportback sollte auch wieder effizienter durch den CW-Wert sein als die SUV-Variante. Und ein wichtiger Teil dafür ist neben der Frontgestaltung vor allem die Heckgestaltung in dieser fließenden Form mit dem integrierten Spoiler, der das erste Mal überhaupt in dieser Form bei einem Audi in Serie gehen wird. Dabei Thema Serie. Das Auto ist so ungefähr bei 90 Prozent. Unter anderem hat der Designer schon gesagt, das Serienfahrzeug wird rund 10 Millimeter schmaler. Ich glaube sogar jeweils an den beiden Seiten und auch vom Dach her wird es nochmal etwas leichter werden. Logischerweise gibt es dann auch am Heck ganz klassisch wieder das große Lichtband. Dieser große Radstand bringt vor allem eines, einen sehr aufgeräumten, luftigen Innenraum und das nicht nur im vorderen Bereich, sondern auch im Fond und da sagt Audi derzeit selber, man soll so viel Platz haben wie in einem Mittelklasse SUV, also Fahrzeuge, die rund 4,70 Meter in der Länge haben. Das Cockpit selber ist eigentlich schon aus einem Konzept vom letzten Jahr bekannt. Dabei hat man einen neuen sogenannten e-tron Shifter, also den Gangwahlhebel so gesehen. Es ist insgesamt alles 100 Prozent digital in der Ausführung und man wird auch ein Augmented Reality Head-Up Display einführen. Preise und Optionen sind da so gesehen noch nicht bekannt, aber dieses AR Head-Up Display wird dann vor allem eine zweite Ebene in die Windschutzscheibe bringen. Das Konzept ist ganz klassisch ein Quattro, das heißt ein Motor pro Achse, wobei in den meisten Fällen nur der hintere Motor angetrieben wird und erst wenn es dann die Dynamik verlangt auch der vordere Elektromotor zum Einsatz kommt. Die Batterie sitzt flach zwischen den Achsen und auch ganz löblich. Es wird auch später noch eine Variante nur mit hinterem Elektromotor geben und damit kommt am Ende vor allem mehr Reichweite heraus. So gesehen bestätigt hat man mit dem Q4 Sportback e-tron Konzept erstmal nur einen Antrieb, aber wir wissen ja, der MEB ist relativ bekannt. Somit findet ihr auch angefügt mal meine persönliche Meinung, welche Antriebsvarianten noch kommen könnten. Und das Konzept setzt auf 82 kWh Akku, netto davon nutzbar sind 77 kWh, 225 kW Leistung. In 6,3 Sekunden geht es aus dem Stand auf 100 kmh. Abgeriegelt wird das Ganze dann bei 180 kmh und die DC-Ladeleistung liegt in dieser Antriebsvariante, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, bei bis zu 125 kW. Damit kann dann der Akku von 5 bis 80 Prozent in rund 30 Minuten wieder geladen werden. Diese Variante mit 225 kW Leistung soll dann rund eine Reichweite von über 450 km haben. Die reinen Hinterradantriebe könnten dann aber vermutlich sogar über 500 km Reichweite kommen. AC ist ein 11 kW 3,5er Onboard Charger geplant, wie auch vom großen e-tron bekannt. Allerdings wird es keine AC-Ladeleistung mit 22 kW geben. Dann ist auch angedacht eine Wärmepumpe in Serie zu bringen, sowie eine Anhängerkupplung, wobei da die Werte noch nicht genau bekannt sind. Das Ganze lässt sich dann auch wieder per App steuern, wenn der Q4 Sportback e-tron angestöpselt ist. Das Ganze ist jetzt noch ein Konzept, das heißt, wie gesagt, noch nicht alles in Serie. Unter anderem werden wir beim Serienmodell Türgriffe sehen und auch keine digitalen Außenspiegel. Das heißt, diese ganz normalen, mit Spiegelglas versehenen Außenspiegel werden beibehalten, auch in der Serie. Die Serie selber soll dann im Frühjahr 2021 vorgestellt werden und die Markteinführung ziemlich genau in einem Jahr stattfinden. Dabei kommt das SUV zuerst und das Sportback dann leicht verzögert. Von der weiteren Technik sollen auch Over-the-Air-Updates kommen, insbesondere für Infotainment und Navigation. Ob dann mehr kommen wird, also weitere Updates, die dann auch mehr in die Technik eingreifen, hat man aktuell noch nicht genau sagen können. Wie gesagt, der Einstiegspreis könnte im einfachsten Modell mit der geringsten Reichweite, mit der geringsten Antriebsleistung auch unter 40.000 Euro liegen. Dabei ist allerdings jetzt nicht genau gesagt worden, ob das schon inklusive eingerechnetem Umweltbonus ist oder ohne Umweltbonus. Das Fahrzeug wird dann in Serie übrigens in Zwickau gebaut. Der Kofferraum soll übrigens auch auf dem Mittelklasse-Niveau aktueller Verbrennermodelle von Audi liegen, also auch nicht schlecht. Und da noch weitere Punkte so in die Zukunft hinein. Die 225 kW sind erstmal top für den Q4, aber man hat nicht ausgeschlossen, dass auch ein e-tron S-Modell dieser Variante kommen könnte. Allerdings erst, wenn man dann weiter in den Lifecycle reingeht, also definitiv nicht vom Start weg. Und was das Thema Design generell angeht, da kommt es jetzt darauf an, liebt man das oder findet man das eher nicht so gut. Und diese Designsprache, insbesondere die Front- und Heckgestaltung und auch die quasi Quattro-Blister, wie auch sie sie nennt, also ja die stark kontinuierten Radläufe, werden sich bei weiteren Modellen in der Zukunft so zeigen. Das war es erstmal mit dem Konzept. Wie gesagt, ihr habt gehört, wann er auch kommt. Dementsprechend werden wir vielleicht auch mal die ersten Preise so Richtung Frühjahr 2021 hören. Vielen Dank.